Musik Das war der damalige Stadtbaumeister Paul Jordan. Die ganz zentrale Idee war eben aus diesem Gebäude, was ursprünglich immer zwei Funktionen hatte, eben zum einen Repräsentativfunktion und zum anderen eben natürlich. Okay. Ah, danke. Ich war gerade an. Haben wir den mit drauf gehabt? Das ist immer ein bisschen schwierig. Jetzt fährt er weg. Es kommt zu keinem Stadtbord. Lassen wir ihn noch schnell losfahren? Fährt er gleich los? Wir haben schon Geräusche. Im Spätenmittelalter nahm die Exklusivität der Turniere deutlich zu. Hallo. Das war's. Hallo. Bis zum nächsten Mal.